Was geht heute? Hier ist wieder ALG von der Dobbsprosse und ich berete heute das Thema warum die Leute immer andauernd gestresst sind. Die alten Leute sind frustriert, sind frustriert über ihr ganzes Leben mittlerweile. Und wenn ich mir die Geschichten anhöre von denen, ich lache mich einfach ab, ich lache mich einfach ab, was die jetzt sehen. Das ist einfach so geil. Die haben Demenzprobleme, laufen aus der Wohnung raus, wissen nicht mehr was sie machen sollen. Ich denke mir, wenn ich einmal alt bin und sowas mir passieren würde, dann würde ich rumheulen, wirklich rumheulen. Weil die sind jeden Tag nur Stress geplagt. Die regen die ganze Zeit über Stress, Stress, Stress. Regen sich über alle Sachen auf. Ich weiß nicht warum der Mensch so blöd ist eigentlich. Ich finde es so witzig. Wirklich gigantisch. Und ja, kommen wir mal zum ernsten Punkt jetzt. Warum die Leute so immer demotiviert sind. Ist doch klar. Ist doch klar. Du hast dir die ganzen Jahre deinen ganzen Stress angefressen. Ja. Stress angefressen. Ich kenn das. Ich kenn das. Ich bereue das auch noch. Früher noch von meiner Arbeitszeit. Ja. Bin immer aufgestanden. Wie ein Weltmeister. Früh. Sofort zur Arbeit gedüst. Sofort reingehauen. Ja. Ich kenn das. Ich kenn das Gefühl. Ja. Du musst, wenn du aufstehst, locker aufstehen. Locker. Du darfst keinen Gedanken im Kopf haben. Du darfst keinen Stressgedanken haben. Du musst erstmal zur Ruhe kommen. Und dann, wenn du die Ruhe gefunden hast, die Meditation, dann kannst du deinen Tag durchstarten. Dann kannst du durchstarten. Ja. Aber nicht mit einem stressgeplagten, gehetzten Kopf irgendwo hindüsen. Was bringt dir das? Rein gar nichts. Rein gar nichts. Ja. Das Problem. Wir haben uns hier ein dummes System aufgebaut. Und wir müssen es abschaffen. Abschaffen. Ist die Wahrheit. Ja. Wenn wir das System nicht weiter abbauen, sag ich mal, dann werden wir immer weiter und weiter diese Probleme hier haben. Und wie wollen wir dann die Probleme loswerden, ja? Das frage ich mich immer den Leuten, ja? Wir müssen endgültig frei leben. Endgültig. Jede. Jeder. Keine dafür einarbeiten, ja? Ich weiß nicht, warum man so eine Gesellschaft eigentlich kreiert, weißt du? Ich weiß nicht, Leute. Ich schlafe mir seinen Apfel. Genau. Ich habe mir jetzt die Haare geschnitten ein bisschen, ja? Sieht ein bisschen wie Yogi aus, ja? Ja, aber klar. Ich habe mir die Haare ein bisschen selber, mein Pro hat sie geschnitten, ja? Deswegen habe ich sie ganz kurz geschnitten, überall. Da hat meine Threadlocks jetzt alle rausgeschnitten. Und, ja, wir sind jetzt ein bisschen graus, aber es ist ganz natürlich, klar, lockig. Graus hat sich ja noch schon die Haare. Und, ja, sieht aber nicht schlecht aus. Bin zufrieden. Sieht ein bisschen wie Yogi aus. Ja. Aber, ehrlich gesagt, das System muss ehrlich abgeschafft werden. Ja, das muss ehrlich abgeschafft werden. Weil sonst, wie wollen wir noch normal leben heute, ja? Ja, hier in so einer Society. Wir leben nur noch von Geld, von der Zeit, von der Arbeit. Aber nicht mehr von der Freiheit, nicht mehr vom Entspannen. Warum? Ja, viele kennen das Wort gar nicht mehr Entspannen. Die wissen ja nicht, was wahre Entspannung ist. Entspannung meinen sie mit Fernsehgucken und so, pipapuk, sowas. Das ist Entspannung, Serie, Musik, schon. Das ist kein Entspannung. Gut, du kannst damit entspannen, wenn du es auch richtig gezielt machst. Aber wenn du es nicht gezielt machst, falsch warst, dann ist es kein Entspannung, ja? Darum sei dir bewusst, dass du dir Ziele setzt, in den Prioritäten setzt. Dann wirst du auch besser schaffen, ja? Ich weiß, das braucht Zeit. Das braucht ewig Zeit, ja? So eine Geduld aufzubauen, so ein Netzwerk, so ein eigenes Netzwerk aufzubauen, ja? Ich habe mir selber alles hier angebaut, ja? Mein ganzes Acker selber angebaut, mein ganzes System angebaut, meine ganzen Listen, meine ganzen Bücher, meine ganzen Projekte. Alles selber angebaut, alles selber aufgebaut, ja? Und deswegen ist es so wichtig, nach keinem System zu leben, sondern nach seinem eigenen System. Das ist das beste System. Du wirst, du wirst, ich werde es versprechen, du wirst keine mehr Sekunde aufstehen müssen, irgendwo hinrennen, wenn du nach meinem Plan lebst und mir befolgst, ja? Ich will dir auch nichts zwingen, aber ich sagte, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich muss nirgendwo mehr hin. Ich muss nirgendwo mehr um 8 oder 9 oder um 10 irgendwo raus. Ich kann ausschlafen, wenn ich möchte. Ich kann arbeiten wie ein Weltmeister bis 5 Uhr morgens, wenn ich möchte und stehe dann wieder um 10 auch. Ich kann mir es erlauben. Du kannst es nicht erlauben. Pech für dich, ja? Sag ich mal. Du musst halt immer zur Arbeit und rumheulen und deinen Arsch da absitzen, ja? Ich habe die Freiheit, du nicht. Deswegen Pech für dich, ja? Ich sage ihm die Wahrheit. Ich will dich nicht beleidigen, ich sage ihm die Wahrheit, ja? Vielleicht willst du es auch ändern. Vielleicht. Dann hör mir einfach zu und mach es einfach mal. Mach einfach, bewege deinen Arsch, streng dich mal an, gib mal 100% und dann schaffst du es auch. Dann kannst du in vier Tagen auch 2.000 Euro verdienen, wenn du mal 100% gibst. Wenn du aber nur 100% gibst. Wenn du 99,9% gibst, tut mir leid, kannst du wieder zur Arbeit kriechen. Gib für einmal 100%, dann hast du 1.000 davon. Wenn du 99,9% hast du nur 9,9%. Also entscheide ich. Deine Sache, ja? Euer AdiG, sagt bei meinem Strengtisch an, jeden Tag. Jeder hat eure Grenzen. Break your limits. Ja, hier. Break your limits. Und so schafft ihr das bei eigenem Aufbau. AdiG, stay tuned. Hey, hey.